Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Oh, sole mio. La, 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 la. Komm. Du fragst mich voll Empörung. Woher kommt der Gestank? Ich hab eine Erklärung. Drei tote Tauben liegen hinterm Schrank. Oh, sole mio. La, 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 la. Ich wollte nur 10 Sachen noch in meinem Leben machen, doch ich habe beim Erstellen der Liste eines nicht bedacht. Was beim Erstellenbeivellante Schien rutschen? Sollte Schrottflawinen von unten zu fotografieren, nicht auf Nummer 8. Oh, sole mio, la 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 la. Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Sind Schrappraben in unserer Uhr, es flüht schon knarzt in einer Tür. Sind Schrappraben im Tempografen, dahin ist mein Schlaf. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! We động die Gymnasie! Wästsäkmmelschiere Ausamed Vielen Dank.